Wir haben jetzt hier einen Auftrag der etwas besonderen Art, was halt nicht mehr ganz so alltäglich ist. Ein Fahrzeug, was auf frostiger, glatter Straße abgekommen ist von der Fahrbahn. Circa 10 Meter die Böschung hinunter ist, 5 Meter tiefer im Bach lag. Fahrzeug wurde von der Feuerwehr, soweit die ausgelaufenen Betriebsmittel, mit einer Ölsperre aufgenommen. Das Fahrzeug wurde, da es auf der Seite lag, entsprechend geborgen auf die Räder und dann mit einem 60 Tonnen Autokran bei 25 Meter Ausladung erschwert geborgen aufgrund der Äste und Bäume, die entlang des Bachlaufs waren und wurde anschließend zum Abtransport vorbereitet. Es kommt so jetzt nicht mehr ganz alltäglich vor. Wir sind natürlich darauf bestens gewappnet. Wir haben alles an Equipment für solche Bergungen vor Ort. Zumal das aber nicht mehr alltäglich passiert, dass Fahrzeuge im Bach pflanzen. Zumal das aber nicht mehr. Zumal das aber nicht mehr! Vielen Dank.